Da haben wir noch ein Loch. Ich weiß nicht, Stefan, kannst du dazwischen gehen? Ja, du auch, genau. So, und da noch einer zwischen zu dem jungen Mann mit der Lederjacke. Nur, dass dein Hund da mit draufkommt, der ist noch so verdeckt. So, okay. Ich hoffe, wir fotografieren alle. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.